21 Millionen Rentner klagen an. Bundestagsabgeordnete werden aller Voraussicht nach zum 1.7.2024 eine Diätenerhöhung von 6,2% bekommen. Warum bekommen Rentner nur eine mickrige Rentenerhöhung von 3,5% so wie es vorhergesagt wird? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich muss mich wirklich in diesem Video schwer zusammenreißen, dass ich nicht meine Contenance verliere und hier mal ganz, ganz krasse Worte nach Richtung Berlin zu unseren Abgeordneten richten und auch vor allen Dingen zur Bundesregierung. Es bahnt sich ein Skandal allererster Sahne und Güte an. Wir haben seit November letzten Jahres 2023 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches uns gesagt hat, dass der Bundeshaushalt verfassungswidrig ist oder zumindest zu Teilen davon verfassungswidrig ist. Die Folge davon ist, dass die Bundesregierung eine rigide Sparpolitik an den Tag legt. Der Bundeshaushalt 2024 ist verabschiedet. Dort geht es unter anderem um Kürzungen, um Milliardenkürzungen im Bereich der Bundeszuschüsse für die gesetzliche Rente, um Milliardenkürzungen im Bereich der Arbeitsverwaltung, das heißt also der Bundesagentur für Arbeit, die muss ganz viel Geld oder soll ganz viel Geld an die Bundesregierung, an den Finanzminister zurücküberweisen. Da geht es um die aus meiner Sicht völlig überzogene Einführung einer Sanktionierung für Bürgergeldempfänger, wenn die sozusagen vermeintlich eine Arbeit nicht aufnehmen wollen. Da kann es, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst gehört, sogar bis zu acht Monate Sanktion, Vollsanktion geben in einem Jahr. Das muss man mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Und Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer und kleine Unternehmer, Mittelstand, auch Leute wie ich, wir müssen jeden Monat immer mehr bezahlen für Energie, für Sprit, für Essen, für Löhne und so weiter. Das ist doch wohl die bittere Realität. Und dann kommen wir doch dazu, und ich denke mir das ja nicht aus, sondern es ist die Realität, ich zeige Ihnen das mal, dass wir eine Nominallohnerhöhung laut dem Statistischen Bundesamt im dritten Quartal 2023 von 6,3 Prozent hatten. Warum sage ich Ihnen das? Weil der Nominallohnindex der Anknüpfungspunkt für die Diätenerhöhung der Bundestagsabgeordneten ist und gleichzeitig damit auch Anknüpfungspunkt für die Erhöhung der Altersruhegehälter ist für pensionierte Bundestagsabgeordnete oder deren Rechtsansprüche, wenn sie dann nicht mehr Bundestagsabgeordnete sind. Jetzt müssen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe hier den Paragrafen 11 Abgeordnetenentschädigung nach dem Abgeordnetengesetz für die Bundestagsabgeordneten. Da steht im Absatz 4 Folgendes drin. Die monatliche Entschädigung nach Absatz 1, das ist die Diätenentschädigung, wird zum 1. Juli angepasst. Grundlage ist die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Nominallohnindex, den der Präsident des Statistischen Bundesamts jährlich bis zum 31. März dem Präsidenten des Bundestages übermittelt. Meine Damen und Herren, ich habe mir einfach mal den gesamten Nominallohnindex des Jahres 2023 bis Ende dritten Quartals angeschaut und komme dort, und das ist alles nachweisbar, auf eine Nominallohnerhöhung von 6,2%. Das heißt also, wenn im vierten Quartal hier nicht noch ein völliger Einbruch geschieht, werden die Bundestagsabgeordneten, die Minister, der Bundeskanzler, sage und schreibe 6,2% mehr Diäten einstreichen. Das ist im Hinblick auf die Haushaltssituation, und ich habe im Haushaltsfinanzierungsgesetz nichts dazu gefunden, dass die Abgeordneten hier auf Teile ihrer Diäten zu verzichten haben, weil sie nämlich hier solidarisch vorangehen müssen. Ich zeige Ihnen auch gleich, was das für Auswirkungen hat. Da habe ich nichts dazu gefunden. Das heißt also, deren Diäten werden ansteigen. Und auf der Internetseite vom Bund der Steuerzahler steht da folgendes geschrieben. Ebenfalls kündigt sich eine Rekordanhebung, ich zeige Ihnen das mal, der Abgeordneten-Diäten an. Diese Anhebung wird ja zum 1. Juli statistisch durchgeführt. Der Anpassungsautomatismus ist gekoppelt an den Nominallohnindex des Vorjahres, der die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft widerspiegelt. Bisher hat der Index 2023 um 6,2% zugelegt. Das heißt also inklusive Ende dritten Quartals 2023. Das sind genau diese Zahlen, die ich auch ausgerechnet habe. Die Folge wäre, die Diäten der Bundestagsabgeordneten würden Mitte 2024 von 10.592 Euro auf sage und schreibe 11.248 Euro monatlich steigen. Ein Zuwachs um sage und schreibe 656 Euro. Das ist deutlich höher. Dieser prozentuale Satz ist deutlich höher als das Bürgergeld, was Bürgergeldempfänger in der Regelstufe 1 mit 563 Euro im Monat ab 1. Januar 2024 bekommen. Meine Damen und Herren, parallel dazu haben sich der Bundeskanzler, 16 Minister und auch 37 parlamentarische Staatssekretäre, hören Sie genau hin, sich ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 Euro komplett steuerfrei genehmigt. Ein Skandal hoch 10. Da hat sich der Bundeskanzler hingestellt auf eine Frage eines Rentners, warum sie nichts bekommen, also die Rentner, kostet 60 Milliarden. Meine Damen und Herren, das ist an Zynismus, an Heuchelei nicht mehr zu überbieten. Wir haben in der Vorausschau für Rentnerinnen und Rentner zum 1.07.2024 eine Rentenerhöhung zu erwarten von 3,5%. Ich bin ja der Meinung, es müsste höher gehen, aber die Rentenversicherung hat erstmal gesagt, Prognose 3,5%. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Bundestagsabgeordneter oder ein pensionierter Abgeordneter dann 6,2% mehr bekommt, auch an Ruhegehältern, das geht ja parallel dazu mit, dann heißt das letzten Endes, dass das hier eine skandalöse Erhöhung dieser entsprechenden Abgeordneten-Diäten ist und nicht mehr von Solidarität und Gleichnis in diesem Land getragen ist. Meine Damen und Herren, der Bundeshaushalt muss saniert werden, aber bitte schön nicht auf Kosten von Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmern und denjenigen, die in diesem Land hart arbeiten und nicht wie Bundestagsabgeordnete einen Haufen Geld bekommen und danach auch für vier Jahre Bundestagsabgeordneten-Tätigkeit über 1.000 Euro monatlich Rente für die Zukunft zu erwarten haben. Das ist schlicht und ergreifend ein Skandal. Deswegen sage ich, 21 Millionen Rentner klagen an, 6,2% Abgeordneten, Diätenerhöhung zum 1.07.2024 zu erwarten. Das ist ein Skandal. Das muss aufhören. Ich bin der Meinung, die Bundestagsabgeordneten müssen dieses Jahr auf die Diäten verzichten. Ich rufe Sie hiermit auf. Bitte schreiben Sie Ihre Abgeordneten an. Teilen Sie dem mit, dass das eine Frechheit ist und dass das hier Entsolidarisierung ist mit dem, was hier aktuell in unserer Bevölkerung passiert. Und man soll sich bitte schön in Berlin nicht wundern, warum die Menschen in Deutschland einfach kein Vertrauen mehr zur aktuellen Politik haben. Ich bin der Meinung, dass Rentnerinnen und Rentner a. die 3.000 Euro Inflationsprämie bekommen müssen und b. mindestens 6% Rentenerhöhung bekommen müssen. Genauso viel wie die Bundestagsabgeordneten, deren Diäten wahrscheinlich in diese Richtung angepasst werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Stinksauer.